Hallo meine Lieben, heute bereiten wir ein super gesundes und leckeres Naturmedizingetränk mit Johannisbeeren. Wir haben hier 500 Gramm Johannisbeeren gewaschen und voraus vorbereitet. Und einen Mixer geben, dazu geben wir 100 ml Wasser, Eiswürfel, ich habe 4 Eiswürfel gegeben und 2 Esslöffel Honig. Alles wird gemixt und unser super gesunde Saft ist fertig in nur 2 Minuten. Diese Naturmedizin ist gut für Blutbild, bei Nierenerkrankungen und schützt das Herz-Kreislauf-System. Trinke jeden Tag von diesem Saft so viel wie du möchtest. Das ist ein natürliches Heimittel gegen Anämie, Bluthochdruck, Lebererkrankungen und hilft bei Gelenkschmerzen. Johannisbeeren ist ein starkes Antioxidant, verhindert das Auftreten von bösartigen Erkrankungen, behandelt Infektionen und ist reich an Vitamin K, empfohlen für Osteoporose und für Knochen, gesunde Knochen. Schaut euch an, unser Saft ist fertig in 2 Minuten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, probiert mal unbedingt dieses Rezept aus. Schaut euch an, unser Saft ist fertig in 3 Minuten. Schaut euch an, dass er gleich nicht einmalig oder so sein ist. Vielen Dank.